Jetzt. Hallo Frankfurt! Ey, es ist voll schön, ich freue mich ganz doll heute hier zu sein. Und natürlich, ich freue mich auch, jetzt wo ich so ab und zu auf Bühnen stehe, kann ich auch endlich diese ganzen Bühnensätze mal sagen. Deswegen, Sommerwerft, geht's euch gut? Das ist schön. Mir geht's auch gut, ich bin ein bisschen aufgeregt, weil es ist natürlich was Besonderes, diesen Abend hier heute eröffnen zu dürfen. Und natürlich auch für mich besonders, heute hier in Frankfurt aufzutreten, weil genau, ich komme aus Frankfurt, ich wohne hier. Das ist dann immer nochmal so ganz speziell, wenn man dann in seiner Heimatstadt auftritt. Ja. Schön. Ja. Ich als Singer-Songwriterin, ihr könnt es euch vielleicht schon denken, ich bin natürlich ein sehr emotionaler Mensch. Ich fühle sehr viel, dauernd, immer, ständig. Und ich vergesse dann manchmal, dass es gar nicht zwingend allen... Hey, da hat auch noch jemand Bock auf den Song-Slam. Cool. Ich vergesse dann manchmal, dass es gar nicht allen Menschen so geht. Und wo ich mich dann so für Sachen super doll begeistern kann oder so todtraurig bin, gibt's Menschen, die sind dann so... Ja. Naja. Und wenn man sich dann begegnet, ist es manchmal gar nicht so einfach. Hört man die Gitarre? Okay. Dann geht's jetzt los. Du hast Biologie studiert. Ich hab das alles nie kapiert. Du meintest immer Liebe, ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert. Das ist nicht, wie deine Welt funktioniert. Warum rufst du jetzt an bei mir? Berg oder Meer, Tag oder Nacht. Du willst das eine, ich das andere. Am Ende haben wir gar nichts gemacht. Wir waren nie logisch. Ich, Herz und du verstanden. Manchmal frag ich mich, was uns überhaupt so lange gehalten hat. Du hast Biologie studiert. Ich hab das alles nie kapiert. Du meintest immer Liebe, ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert. Das ist nicht, wie deine Welt funktioniert. Warum rufst du jetzt an bei mir? Warum wir so lange geblieben sind, was wir waren? Haben deine Freunde nie verstanden? Und meine Andauernd gefragt war es Meine Hoffnung auf Bessere Tage oder die Art, wie du Glück verstehst, Dass es anderen ja noch schlechter geht. Du hast Biologie studiert. Ich hab das alles nie kapiert. Du meintest immer Liebe, ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert. Das ist nicht, wie deine Welt funktioniert. Warum rufst du jetzt an bei mir? Hast du gemerkt, dass man nicht alles berechnen kann? Dass Gefühle kommen und gehen, Völlig ungeplant da ist. Frag ich mich, als ich deine Nummer sehe. Du meinst, du hast noch was vergessen. Ich soll's dir schicken in einem Paket. Du hast Biologie studiert. Ich hab dich nie kapiert. Was soll das heißen? Liebe ist nur Chemie. Meine Gefühle haben dich irritiert. Das ist nicht, wie deine Welt funktioniert. Warum steh ich jetzt an deiner Tür? Warum steh ich dann jetzt an deiner Tür? Dankeschön. Vielen Dank. Ja, wenn euch meine Musik gefällt, dann könnt ihr mir gerne auf Instagram folgen. Da heiße ich reni.musik R-E-N-I ein paar Minuten. Vielen Dank.